Hallo meine Lieben, in diesem Video geht es um das Buch Die Macht der Geografie von Tim Marshall und ja, weiterer Titel Wie sich Weltpolitik anhand von 10 Karten erklären lässt Warum lese ich diese Bücher in letzter Zeit so intensiv? Nun, wie ihr sicherlich wisst, lese ich ja sehr viele Bücher im Bereich Persönlichkeitsentwicklung Weil ich eben meine Persönlichkeit optimieren möchte Ich bin jemand, der selbst lernt Und mein Schwerpunkt ist, würde ich mal sagen, so gerade im Bereich Mindset trainieren Thema Unterbewusstsein So nach 5 Jahren ist das für mich gerade so das Thema, was mich gerade am stärksten interessiert Das ist mein Schwerpunkt, aktuell, aber in der Vergangenheit auch sehr viel gelesen im Bereich Marketing, Vertrieb Weil ich ja auch ein eigenes Coaching-Unternehmen habe In dem ich anderen Leuten dabei helfe, sicher Englisch zu sprechen Und Persönlichkeitsentwicklung, wie baue ich mir vernünftige Gewohnheiten auf Wie setze ich Dinge um Wie bleibe ich diszipliniert Um da auch mein Bewusstsein zu stärken und mir auch ein gutes Leben zu kreieren Im Bereich Finanzen, im Bereich Gesundheit, gesunde Ernährung, sehr viel Aber ich finde es sehr wichtig, dass man neben diesen ganzen Themen, die für die Persönlichkeit wichtig sind Auch etwas für die Allgemeinbildung tut Dass man so ein Bild davon hat, was passiert jetzt gerade in der Welt Wie sah die Geschichte aus, warum leben wir so wie wir leben Weltverständnis bekommen, Hintergründe verstehen Damit wir uns auch im Leben besser orientieren können, bessere Entscheidungen treffen können Und hier geht es nicht um unnützes allgemein Wissen, wie zum Beispiel Boris der Eiffelturm So irgendwelches Daten auswendig lernen Sondern wirklich ein Weltverstehen aufbauen So ein Weltverständnis Und die Macht der Geografie ist ein super Buch Gerade jetzt auch in der, ich sag mal, aktuellen Situation, Kriegszeit Um diese ganze Geopolitik zu verstehen Wie arbeiten Länder miteinander oder Kontinente Was sind die Stärken bestimmter Kontinente? Was sind die Schwächen bestimmter Kontinente? Wie sieht die Geschichte aus dieser ganzen Kontinente? Und all das wird in dem Buch Die Macht der Geografie dargestellt Und zwar in ungefähr sieben Kapiteln Da geht es dann einmal um Europa Es geht um Amerika Es geht um China Es geht um Indien Es geht um Afrika Es geht um die Länder Die OPEC-Länder Hier Katar Diese ganzen Öl-Länder Es geht um Es geht, glaube ich, auch um Japan Und es geht um Nordpol und Südpol Also was sind die Stärken der Länder? Wie arbeiten sie miteinander? Und natürlich auch Russland Welche Rohstoffe entstehen da gerade Oder welche Rohstoffe entstehen nicht Und was müssen die einzelnen Länder machen Um ihre Wirtschaft anzukurbeln Und das ist wirklich sehr interessant Denn die Geopolitik ist die Geschichte der Wirtschaft quasi Und wie das miteinander verknüpft ist Ist super dargestellt in diesem Buch Und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen Der sich mal ein Weltverständnis aufbauen möchte Im Bereich Geografie, Politik und Wirtschaft Das einmal miteinander kombinieren möchte Dafür ist dieses Buch sehr, sehr gut Ich empfehle das Und jeder, der sagt Ich möchte mehr darüber erfahren Wie die einzelnen Länder aufgebaut sind Die Bevölkerung Und auch die Geschichte Und wie die miteinander zusammenarbeiten wirtschaftlich Für den habe ich einen Link In der Videobeschreibung dargestellt Oder hinterlassen Könnt ihr euch das gerne mal ansehen Kaufen, durchlesen Und das Allgemeinwissen erweitern Super Buch Eines der Top Ten Bücher Im Bereich Allgemeinbildung und Weltverständnis aufbauen Ansonsten empfehle ich natürlich auch die ganzen Bücher Von Yuval Noah Harari Also eine kurze Geschichte der Menschheit Homo Deus Die 21 Lektion für das 21. Jahrhundert Richard David Precht Bücher Factfulness Bücher Oder das Factfulness Buch Die 15 Stunden Woche Oder wie hier Utopien für Realisten Von Ruta Breckmann Heißt er, glaube ich Also all diese Bücher Empfehle ich euch Oder hier von Stephen Hawking Die Bücher zum Thema Weltraum Wahnsinnsbücher Um sich in der Allgemeinbildung Halt auch aufzubauen Und ich sage euch immer wieder Es ist wichtig Dass man nicht nur Fachbücher liest Oder Bücher im Bereich Persönlichkeitsentwicklung Ja, schön und gut Sollte man auf jeden Fall machen Aber diese ganzen Hintergründe Diese Storys Das Ganze drumherum Der Sinn dahinter Der entsteht Wenn ihr euch genau so ein sinnvolles Fundament an Wissen aufbaut Und genau solche Bücher halt auch mal ab und zu lest Oder durchlest Ist auch eine super erfrischende Sache Das zu machen Also, ich verabschiede mich Nun und wünsche euch viel Spaß mit dem Buch Und bis zum nächsten Video Macht's gut